Oh Leute, herzlich willkommen zurück. Tja, Zeitkreuz. Ja komm, nehmen wir an. Gucken, ob wir das schaffen. Ob das schon geht. Mal sehen, ne? Da können wir ein Artefakt auf dem Weg dahin einsammeln. Gucken wir mal. Hier ist wieder Piraten-Action. Einfach mal schnell hinfliegen. Man hört das Geballer hier. Du wärst 300 Kronen sterben. Die mit ihren Minen, die sind echt schief. Da können wir mal reinfliegen. Ah, ich fahrt fertig. Ja, leidet ganz gut mein Schiff hier. Und irgendwie hört man's immer noch Ballern, ne? Schräg. Was soll das jetzt gerade ein Bug sein, irgendwie? Hm. Obwohl uns mal das Artefakt erst mal. noch mehr Piraten, ne? Noch mehr Piraten, ne? Mein Schiff ist schon, äh... gut angeschlagen. Wo? Na, das kann ja noch ausgedrückt werden, ja. Shit. Was zur Hölle. Jetzt wird das aber haarig mit den... ...Piraten hier. Hm. Eigentlich haben wir auch noch eine alte Sidequest, ne? Die wir erst noch wieder starten müssen. Ich denke, wir nehmen das mal erst mal in Angriff. Das ist irgendwo hier drin. Dann müssen wir uns merken, die gibt es hier im Körper-Koll-System. Okay. Wollen diese Sidequests auch mitnehmen, ne? Also können wir uns mit den Knuck, anfangen. Das ist einfach. Wie im Körper. Wie im Körper. Wie im Körper ist die So, muss eigentlich das System hier ganz links sein, Auretorazin, was diese Sidequest gehabt hat, mal schauen. So, muss eigentlich das System hier sein, was das System hier ist, was das System hier ist, was das System hier ist. Ja, da gab es ja diese eine Sidequest, wo die mich so übel fertig gemacht haben, wo ich nichts machen konnte. Wir Patrouillen, Überprüfung auf Besitz von Schmuggelware gestartet. Gestartet oder gestartet, das ist die Frage, ne? Das habe ich gar nicht. Sie sind sauber, danke für die Kooperation. Natürlich bin ich sauber. Was auch sonst. Oh, dann probieren wir die, nehme ich jetzt erst nochmal. Und dann müssen wir dorthin. Ja, dann probieren wir das nochmal. Müsste inzwischen ein bisschen bessere Waffen haben, vielleicht schaffe ich das jetzt besser. Du kommst genau richtig. Ventura müsste jeden Moment hier auftauchen. Wie ist der Plan? Ganz einfach. Ich werde ihn kontaktieren und noch ein letztes Mal versuchen, die Kündigung auf friedlichem Wege zu übergeben. Was er aber mit Sicherheit nicht akzeptieren wird. So oder so. Entweder akzeptiert er die Kündigung oder er wird gefeuert. Oder er wird gefeuert. Ja, ja. Da kommt Venturas Kreuze. Bayona, Söldner an Ventura. Bitte kommen. Mein Boss möchte gerne wissen, was euer Begehr ist. Ich überbringe eine Nachricht des Bayona Verwaltungsrates. Ventura soll hier und jetzt seine Kündigung akzeptieren. Ventura lässt ausrichten, das Gesindel solle sich entfernen. Dann richte ihm aus, er ist gefeuert. Oh, shit. Oh, shit. Ich gehe mal schauen. Oh, shit. Oh, weniger. Oh, fuck. Noch einer weniger Oh, meine Schilder, meine Schilder Ausgeführt Kann die Wahl sein Hat er automatisch gespeichert an der Stelle Hat er Du kommst genau richtig Ventura müsste jeden Moment hier auftauchen. Wie ist der Plan? Dann muss ich wohl noch mal wie vorhin schon mal den Schwierigkeitsraub ein bisschen runterdrehen. Ganz einfach. Ich werde ihn kontaktieren und noch ein letztes Mal versuchen, die Kündigung auf friedlichem Wege zu übergeben. Was er aber mit Sicherheit nicht akzeptieren wird. So oder so. Entweder akzeptiert er die Kündigung, indem ich die Docks davon halt nicht so krass aufrüste. Insofern... Plötzen das Leveling jetzt halt ein bisschen anders. Da kommt Venturas Kreuze. Bailona Söldner an Ventura, bitte kommen. Mein Boss möchte gerne wissen, was euer Begehr ist. Ich überbringe eine Nachricht des Bailona Verwaltungsrates. Ventura soll hier und jetzt seine Kündigung akzeptieren. Ventura lässt ausrichten. Das Gesindel solle sich entfernen. Dann richte ihm aus. Er ist gefeuert. Oh oh. Boah, das ging aber jetzt richtig schnell. Shit. Ich darf dem Teil nicht zu nahe kommen. Ziemlich viele zugute Waffen anscheinend. Hm. Das ist übel. Du kommst genau richtig. Ventura müsste jeden Moment hier auftauchen. Wie ist der Plan? Ganz einfach. Ich werde ihn kontaktieren und noch ein letztes Mal versuchen, die Kündigung auf friedlichem Wege zu übergeben. Was er aber mit Sicherheit nicht akzeptieren wird. So oder so. Entweder akzeptiert er die Kündigung oder er wird gefeuert. Da kommt Venturas Kreuze. Bailona Söldner an Ventura. Bitte kommen. Mein Boss möchte gerne wissen, was euer Begehr ist. Ich überbringe eine Nachricht des Bailona Verwaltungsrates. Ventura soll hier und jetzt seine Kündigung akzeptieren. Ventura lässt ausrichten. Das Gesindel solle sich entfernen. Dann richte ihm aus. Er ist gefeuert. Anbieter. Es geht nur um immer wieder. In unseren Kopf zurück. Beide er oder nicht. B был das Tor. Uf. Du bist ein Mann oder Berichter. Bleib form ângulo. Ich verstehe. Die Schmerz. Ich muss von dieser Ventura weiter wegschreiben, ja? Ich kann mich ziemlich viel beschießen. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, Mann! Das war's für heute. Vielleicht bin ich hin, ja? Das kommt gar nicht hin hier. Shit. Das kann nicht wahr sein. Eieieieieiei. Schwierigkeitsgrad ganz runter drehen. Da bleibt nichts anderes übrig, ne? Du kommst genau richtig. Ventura müsste jeden Moment hier auftauchen. Wie ist der Plan? Ganz einfach. Ich werde ihn kontaktieren und noch ein letztes Mal versuchen, die Kündigung auf friedlichem Wege zu übergeben. Was er aber mit Sicherheit nicht akzeptieren wird. So oder so. Entweder akzeptiert er die Kündigung oder er wird gefeuert. Hm. Komm, lass mich das jetzt schaffen, dann ist die weg. Da kommt Venturas Kreuze. Ansonsten ist ja schon ein Anzeichen, dass ich definitiv das Schiff aufrüst. Mein Boss möchte gerne wissen, was euer Begehr ist. Ich überbringe eine Nachricht des Bailona Verwaltungsrates. Ventura soll hier und jetzt seine Kündigung akzeptieren. Ventura lässt ausrichten, das Gesindel solle sich entfernen. Dann richte ihm aus, er ist gefeuert. Der ist eine gute Möglichkeit und jetzt ein Kündigung. Ausrufen und schaffen, der Stahlkopf drückt. Die Stahlkopf, wenn wir da arbeiten. Oder we Tube auch. Der ist ein Kündigung. In der Stahlkopf. Dich war eine nächste. Nur, es war eine folgische Beere. Diese Fluchtkopf? Von der Stahlkopf, wir sind ein Kürbacher. Das war eine die Kürbacher. Ausbezeichnet. Nur hatte niemand mehr, der ihn beschützt. Er ist weg. 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 Lola hat die Kündigung noch anzenziert. Geht doch. Mein Chef ist voll im Heimer. Danke, dass du hier mitgeholfen hast. Es war ein ehrenwerter Kampf und du hast ehrenwert gekämpft. Nicht schlecht für einen Terraner. Was? Ja dann. Kiste Qualm wieder. Das ist so ein Piratenbesetzungssystem da wieder, oder? Ist hier aber schlecht organisiert? Lass mich landen zur Reparatur. Sonst haben wir ein Problem hier. Ich stehe mal wieder auf normalen Quauni. Ich speichere das nochmal extra ab. Ja dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißen Tagsdabo. Ja dann sag ich mal, oder? Ja ich meine. Was ist erst ein Bier im Krieg?